Ich komme zu dir, Maja. Pascal, geh doch, kannst du hochspielen. Mama und ich wollen etwas besprechen. Oh ja, Pascal, jetzt gehst du ganz schnell hoch und läufst den Papa nach. Du solltest vor unser Leben nicht davon laufen. Was wird von mir? Das, was du dir in deinem Herzen auch wünschst. Er war wieder da, gerade vorher. Nein, du musst nicht mit mir schlafen. Was wird denn von mir? Wir werden ihn spirituell vereinigen. Um Himmels Willen, was soll das heissen? Aua! Du bist doch verrückt, Mann. Ich habe dir doch nichts gemacht. Ein verrückter Mann ist bei Mami. Wo? Und damit du. Absolutes Vertrauen in mich kannst. Gange ich auf unserem gemeinsamen Weg voran. Aua! Hilfe, Mama! Willi! Hey! Entspann dich! Lass dich jetzt ganz gehen! Willi, hol es euch! Hey! Winde mich los. Es war schief. Er wollte mich vergiften. Lilian, hol den Arzt schnell. Es ist spät. Es ist spät. Aua! 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 Vielen Dank.